Bewegung tut gut. Das weiß heute eigentlich jeder. Aber nicht jeder und nicht jede kann sich noch ausreichend viel bewegen. Kranke und sehr schwache Menschen, aber auch Gelähmte und Bewusstlose fahren teilweise sehr lange ohne eine Bewegung in einer Position. Denn durch das stundenlange unbewegliche Sitzen oder Liegen erhöht sich ihr Risiko für ein Druckgeschwür. Ich werde dir in den folgenden Minuten erklären, was man unter einem Druckgeschwür versteht und warum es so gefährlich ist. Ich werde dir aber auch sagen, welche Möglichkeiten es gibt, Druckgeschwüre vorzubeugen und zu behandeln. Druckgeschwüre, was ist das eigentlich? Druckgeschwüre sind offene Wunden. Sie entstehen durch länger anhaltenden Druck auf eine Hautstelle. Der medizinische Fachausdruck für Druckgeschwüre ist Dekubitus. Druckgeschwüre bilden sich fast immer an Stellen, an denen Knochen direkt unter der Haut liegen. Typische Stellen für Druckgeschwüre sind das Steißbein, die Fersen, die Hüften, die Schulterblätter, die Knöchel, die Ellenbogen, die Ohren und natürlich der Hinterkopf. Wenn an diesen Stellen als Folge von dauerhaften Liegen oder Sitzen das Gewicht des Körpers ständig auf die Haut drückt, wird die Haut nicht mehr ausreichend gut durchblutet. Die Zellen werden dann nicht mehr gut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Die Haut wird dadurch dünner. Im schlimmsten Fall stülpt sie sogar ab. Dann bildet sich eine Wunde und das kann wirklich sehr schmerzhaft sein. Vor allem dann, wenn man weiter auf ihr liegt oder sitzt. Um Druckgeschwüre frühzeitig zu erkennen, sollten Menschen mit einem erhöhten Risiko regelmäßig die besonders gefährdeten Hautstellen kontrollieren. Wenn man noch beweglich ist, kann man das selbst mit Hilfe beispielsweise eines Spiegels machen. Wenn nicht, sollten Angehörige oder professionell Pflegende dabei helfen. Druckgeschwüre werden in der Regel in vier Entwicklungsstadien oder Schweregrade eingeteilt. Stadium 1. Die Haut ist unversehrt, aber rötlich verfärbt. Das trifft auch zu, wenn kein Druck auf der betreffenden Stelle lastet. Vielfach ist die Haut auch anders als das umliegende Gewebe. Sie kann wärmer oder kälter sein, aber auch schmerzempfindlicher, weicher oder auch härter. Stadium 2. Die obere Hautschicht ist geschädigt. Das zeigt sich dann durch eine Blase, einen Bluterguss oder auch eine Abschürfe. Stadium 3. In der Haut ist eine tiefe Wunde entstanden. Teile der Haut können abgestorben sein. Eventuell hat sich sogar ein Belag auf der Wunde gebildet. Stadium 4. Die Haut und ein großer Teil des umliegenden Gewebes sind zerstört und abgestorben. Möglicherweise sind Muskeln, Seen oder auch sogar Knochen sichtbar. Eventuell ist die Wunde mit Schorf bedeckt, sodass man nicht sehen kann, wie tief sie ist. Es kann auch sein, dass nur das unter der Haut liegende Gewebe geschädigt oder rötlich-braun verfärbt ist, während die Haut selbst noch unversehrt ist. Grundsätzlich haben diejenigen ein erhöhtes Risiko für Druckgeschwüre, die sich für eine längere Zeit nicht ausreichend gut bewegen können. Menschen mit einem gesunden Schmerzempfinden merken allerdings, wenn der Druck auf eine bestimmte Körperstelle zu stark ist. Das ist zum Beispiel bei Menschen mit Lähmung oder bei zum Beispiel langjähriger Zuckerkrankheit oft nicht mehr der Fall. Sie haben deshalb ein besonders hohes Risiko, bei Bewegungsmangel ein Druckgeschwür zu entwickeln. Weitere Risikofaktoren für Druckgeschwüre sind Durchblutungsstörungen, die die Versorgung der druckbelasteten Hautstellen verschlechtern. Für bettlägerige Menschen ist Unterernährung ein weiterer Risikofaktor, denn eine dünne und schlecht durchblutete Haut ist deutlich anfälliger für Verletzungen. Diese können entstehen, wenn Betroffene im Bett bewegt und mit der Haut über die Unterlage gezogen werden. Auch Inkontinenz lässt bei Bettleringen das Risiko für Druckgeschwüre steigen. Wenn Urin oder Kot über Stunden auf die Haut einwirken und die Betroffenen lange in feuchten Windeln liegen, weicht die Haut auf und wird dadurch anfälliger. Die beste Therapie von Druckgeschwüren ist natürlich das Vorbeugen. Das ist natürlich eine medizinische Binsenweisheit. Doch im Fall von Druckgeschwüren ist dieser Spruch besonders wichtig. Denn Druckgeschwüre heilen meist nur sehr langsam und häufig kommen sie wieder, weil die ursächliche Krankheit, die bei den Betroffenen zur stundenlangen Unbeweglichkeit führt, ja in vielen Fällen nicht mehr geheilt werden kann. Das trifft zum Beispiel auch auf viele zu, die im Rollstuhl sitzen oder so schwach sind, dass sie dauerhaft im Bett liegen müssen. Diese Menschen haben ein besonders hohes Risiko, Druckgeschwüre zu entwickeln. Die erste Maßnahme zur Verhinderung von Druckgeschwüren ist das regelmäßige Wechseln der Sitz- oder der Liegeposition. Dadurch wird das Gewicht des Körpers auf mehrere Stellen verteilt und die betreffenden Zellen können wieder besser mit lebenswichtigen Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Wenn du kranke Angehörige pflegst, solltest du dich auch regelmäßig nach unangenehmen Druckstellen erkundigen. Die Betroffenen spüren in der Regel, wie eine Körperstelle wund wird. Die beste Maßnahme gegen Druckgeschwüre ist Bewegung. Jede und jeder sollte sich mehrmals täglich so gut es geht bewegen und wenn es nur ein paar Schritte in der Wohnung sind, die mit Hilfe bewältigt werden. Wenn sich trotz aller Vorbeugemaßnahmen ein Druckgeschwür gebildet hat, hängt die konkrete Behandlung von der Art und dem Schwerengrad des Geschwürs ab. Entscheidend für den Erfolg der Behandlung ist es immer, endlich Druck von der Wunde zu nehmen. Dafür gibt es spezielle Lagerungshilfen und Matratzen. Auch das regelmäßige Umlagern und Bewegen der Betroffenen hilft, den Druck auf die betroffenen Körperstellen zu reduzieren. Um heilen zu können, muss eine Wunde frei von Krankheitserregern und abgestorbenen Geweberesten sein. In schweren Fällen kann auch eine Hauttransplantation helfen. Gegen die Wundschmerzen können dann auch starke Schmerzmittel verschrieben werden. Welche Maßnahmen zur Behandlung und Verhinderung von Druckgeschwürmen bei dir oder deinen Angehörigen die richtigen sind, hängt von vielen Faktoren ab. Über deine individuelle Situation oder die deines Angehörigen sprichst du daher am besten in aller Ruhe mit deiner Ärztin oder deinem Arzt oder mit den Pflegekräften. Für mehr Videos rund um deine Gesundheit oder die deiner Familie und Freunde, folge gerne unserem Kanal.